Es ist Sonntagmorgen in Sapporo in Japan. Die Athleten sind schon seit kurzer Zeit wieder an der Schanzenanlage und bestreiten gerade im Moment ihre Qualifikation. Dieses ist der Blick, den der Assistant Race Director Miran Tepech zur Verfügung hat, um zu entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen die Athleten die Schanze fliegen dürfen. Mit einer der schwierigsten Aufgaben, die an der Schanze zu bewältigen sind.